Ein Architekt, der eine Fassade plant, hat große Ansprüche an die gestalterische Ausführung der Fassade. Jetzt kann man eine Fassade nicht wie eine Tapete einfach an einer Wand anbringen, sondern man benötigt Befestigungslösungen. Man benötigt unsere Konsolen für die Verblend- Vormauerschale. Um unsere Konsolen wiederum am Gebäude zu befestigen, am Rohbau zu befestigen, gibt es gewisse Anforderungen. Stellen wir uns eine Situation vor. Wir haben hier ein Fertigteil an unserem Modell. Hinter dem Fertigteil befindet sich zum Beispiel ein Jalousiekasten zur Beschattung der dahinterliegenden Räume. Unsere Konsole hält das Fertigteil, muss aber so ausgeführt werden, dass die Situation funktioniert. Befestigt am Rohbau. Das heißt, wir brauchen an dieser Stelle, wo die Konsole sitzt, Beton. Die Decke 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, aber eventuell auch noch ein Überzug, damit wir auch die Last, die an der Stelle ankommt, auch wirklich in den Rohbau weiterleiten können. Dafür brauchen wir ausreichend Beton. Und so gehen wir Schritt für Schritt vor. Rund ums Gebäude, jede Situation. Wir bekommen vom Architekten die Schnitte, die die Situation darstellen. Und darauf packen wir unsere Befestigungslösung.